Ich denke, das Spiel heute gibt es ganz gut, unsere Bundesliga-Hinrunde wieder. Wir haben sehr gut begonnen, die ersten 15 Minuten, dann haben wir völligen Faden verloren. Nicht ganz klar, wieso, aber kompletten Faden verloren. Wahnsinnig einfache Fehler gemacht, um alleine in die gegnerische Hälfte zu kommen. Viele Passfehler, leichte Fouls, nicht gut nachgerückt, wenn wir in die gegnerische Hälfte gespielt haben. Wir sind in der ersten Halbzeit dann erneut in den Rückstand gegangen. Das ist natürlich in der Häufigkeit absoluter Wahnsinn. Ich glaube, das ist das siebte Spiel in Folge, in dem wir in den Rückstand gehen. Ein Sieg wäre drin gewesen, wäre wahrscheinlich auch verdient gewesen. Und so ist es wie wir einfach auch oft in dieser Saison und leider auch zu oft. Wir kriegen nicht das, was wir uns vorgenommen haben, konstant auf dem Platz und nicht über die ganze Spielzeit. Wir werden regelmäßig dafür bestraft, aber es ist nicht verboten, auch mal 1-0 zu spielen, 1-0 zu gewinnen und Führung zu gehen. Würde die Dinge viel, viel einfacher machen, gelingt es im Moment nicht möglich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.